Folge 33 72 Staffel 16, Folge 108, 50 Minuten Franzi findet im Traumteams Pferd. Eva lernt Vanessa kennen. Michael kann Nataschas Herz nicht erweichen. Steffen steht nicht mehr unter Mordverdacht. Tim erfährt entsetzt, dass sein geliebtes Pferd Nero entlaufen ist. Sofort macht er sich auf die Suche nach ihm. In der Nacht träumt Franzi davon, Nero und Tim auf einer Wiese zu begegnen. Motiviert macht sie sich auf den Weg zu der Wiese aus ihrem Traum. Alfons und Hildegard laden Eva zum Essen ein, damit sie Vanessa kennenlernen kann. Michael überrumpelt Natascha mit einem Kuss. Für einen kurzen Moment kann sie sich dem alten Zauber nicht entziehen, doch dann stößt sie Michael überfordert von sich. Obwohl Christoph ihn unter Druck setzt, bleibt Dirk bei seiner Lüge, dass Tim ihn niedergeschlagen hat. Christoph befürchtet immer mehr, die Unschuld seines Sohnes nicht beweisen zu können. Währenddessen erfährt Steffen, dass er nicht mehr unter Mordverdacht steht. Dies feiert er gemeinsam mit Dirk und Linder. Text, BR Fernsehen Deutsche Erstausstrahlung, Montag 4.05.2020 das Erste Deutsche Online-Premiere, Donnerstag, 30.04.2020 ARD Mediathek Folge 33 73 Staffel 16, Folge 109, 50 Minuten Franzi wird von ihren Gefühlen überwältigt. Paul merkt, dass Vanessa es Faustig hinter den Ohren hat. Der zieht seine Aussage zurück. Durch einen Zufall fliegt Tims Versteckspiel vor Franzi auf. Während Franzi mit ihren Gefühlen kämpft, beginnt in Thailand die Suche nach Boris, als Tim, der auf einer Überwachungskamera gesichtet wurde. Für Tim ist klar, bevor sein Bruder für ihn ins Gefängnis geht, soll dieser zurückkommen und er wird untertauchen. Franzi ist entsetzt und gesteht Tim mit emotionalen Worten, dass sie nicht damit leben könnte, ihn nochmal zu verlieren. Vanessa erlaubt Luce und Bela, Paul beim Lauftraining mit der Drohne zu filmen. Doch Paul beschädigt die Drohne und ein Gast beschwert sich, gegen seinen Willen gefilmt worden zu sein. Als Robert, Paul und Vanessa daraufhin zur Rede stellt, ist Paul überrascht von Vanessas Reaktion. Deck gibt vor Steffen zu, bei der Polizei gelogen zu haben. Steffen ist fassungslos und verlangt von seinem Vater, seine Aussage zurückzuziehen. Und zu Steffens Überraschung geht Dirk tatsächlich zur Polizei und stellt dort richtig, Tim nicht am Tatort gesehen zu haben. Text, BR Fernsehen Deutsche Erstausstrahlung, Dienstag 05.05.2020 das Erste Deutsche Online-Premiere, Montag 04.05.2020 ARD Mediathek 10.000 Untertitelung des ZDF, 2020